Kommen Sie ein Stück nach vorne auf dem Hocker, die Füße sind fußbreit auseinander, die Knie ebenso, die Hände neben dem Körper. Bei dem Oberkörper ein Stück nach hinten, den Kopf ebenso, Bein ausstrecken, Fuß hochziehen und halten, Hüfte ein Stück zurückkommen, gut, halten, jetzt kommt die Spannung im Bauch an und Sie atmen trotzdem weiter, halten und lösen, lockern lassen. Andere Seite, Oberkörper leicht nach hinten, Kopf mitnehmen, Bein ausstrecken, Fuß hochziehen, gut, die Spannung kommt wieder im Bauch an, weiter atmen und lösen. und locker lassen. Halten Sie diese Übung 5 Sekunden und wiederholen Sie sie auf jeder Seite 10 mal.